Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz, erstmals im Jahr 2013. Schön, dass es wieder losgeht. Am Sonntag sind wir zu Gast beim FSV Frankfurt. Trainer, ein nicht ganz unbekannter Verein. Bitteschön Thomas, dein Wort zum Spiel. Es gab einige personelle Veränderungen auch über die Winterpause. Wie ist die Mannschaft eingestimmt, können wir uns zum Fallen schöpfen. Was haben wir uns vorgenommen für die erste Aufgabe in diesem Jahr? Ja, es ist natürlich so, dass man gerade jetzt in der letzten Woche merkt, dass die Spannung steigt, Vorfreude da ist, dass die Spieler auch dem Start im neuen Jahr entgegenfiebern. Klar ist auch, dass wir jetzt am Wochenende gerade auswärts gegen einen Gegner treffen, der in den letzten eineinhalb Jahren unheimlich an Stabilität gewonnen hat. Sie sind in ihrer Entwicklung sehr, sehr weit und treiben das auch voran. Das sieht man auch jetzt an der letzten Verpflichtung, die sie getätigt haben. Ich denke, dass wir am Wochenende auf einer Mannschaft treffen, die sehr, sehr kompakt stehen wird, die auch trotzdem phasenweise ihre Mittel nach vorne suchen wird. Sie sind noch auf einem anderen Stand, wie es noch im Hinspiel war. Sie haben mehr Punkte wie wir, sie stehen vor uns und wir haben natürlich auch einen Gegner jetzt vor der Brust, wo wir die Möglichkeit haben, ein gewisses Etwas gut zu machen. Klar ist natürlich auch, dass wir gerade in der Woche den einen oder anderen Ausfall haben. Aber ich habe in der Vergangenheit, wenn der ein oder andere Spieler ausgefallen ist, nicht großes Tamtam drum gemacht und ich werde es jetzt auch nicht tun. Wir haben auf dem Transfermarkt, wie bekannt, ja nochmal reagieren können. Ich bin recht glücklich darüber, dass wir das gemacht haben, weil man sieht, dass es schnell passieren kann, dass doch der ein oder andere ausfällt. Und wir haben ein klares Ziel vor Augen. Das wollen wir so schnell wie möglich erreichen, damit wir auch planmäßig weiter unsere nächsten Schritte gehen können. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir noch eine heiße Phase erleben werden in der laufenden Saison. Viele Mannschaften haben sich verstärkt. Die Mannschaften, die unten drin stehen wollen, wollen mit aller Gewalt versuchen, den Abstieg zu verhindern. Das haben wir letztes Jahr selbst erlebt und wir sind auf einem guten Weg und ich freue mich riesig auf das Spiel, das muss ich ganz klar sagen. Und klar ist aber auch, dass wir sehr, sehr konzentriert zu Werke gehen müssen und den Gegner auf gar keinen Fall unterschätzen. Ich denke, in der Situation, wie wir sie momentan haben, ist der Gegner Favorit. Sie haben ein Heimspiel und wir werden versuchen, so wie wir es in der Vergangenheit auch gemacht haben, dass wir in beiden Richtungen sehr, sehr kompakt stehen werden, versuchen unser Heil nach vorne zu suchen, aber ohne die Defensive zu vernachlässigen. Und da müssen wir aufpassen, weil der Gegner doch zwei, drei Jungs in ihren Reihen haben, die sehr, sehr konterstark sind. Und da dürfen wir auf gar keinen Fall ins offene Messer laufen. Thomas, wie weit hast du die sechs Spiele aus den Köpfen gebracht von den Spielern, die sie nicht gewonnen haben? Also ich sehe es mal so, das sind immer Dinge, die habe ich in der Vergangenheit nicht so an mich rankommen lassen. Wir sind sauber in die Rückrunde gestartet. Wir haben zwei schwere Gegner gehabt. Da sind wir ungeschlagen. So sehe ich das. Wir haben eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Aber am Wochenende sehen wir dann, wo wir stehen. Und über das Vergangene brauchen wir nicht zu reden. Wir haben 26 Punkte in der Vorrunde geholt. Das sieht man als Gesamtes. Wir haben das ein oder andere Spiel, was wir auch in der Phase gespielt haben, hätten gewinnen können, hätten es auch verlieren können. Und deshalb ist es für mich nicht so dramatisch. Wichtig ist, dass wir in der Stabilität an Stärke gewinnen konnten. Wir haben nochmal auf der linken Seite die Position doppelt besetzen können, was ja unheimlich schwierig war in der Vergangenheit. Und konnten nochmal nachlegen im Sturm mit einem Spieler, der auch in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er in der Liga ein gefährlicher Stürmer ist. Und da bin ich recht glücklich drüber. Und dann werden auch, wenn wir weiter so arbeiten, die Siege wieder von alleine kommen. Wer fällt neben Aigler noch aus? Das ist ja der Stefan Leidl. Du bist krank, oder? Ja, es ist so, dass Stefan einen Rückschlag erlitten hat. Der Formtrainingslager war ja schon mal vier Tage ausgefallen, hat es dann gut verarbeitet. Und jetzt am Dienstag hat er einen Rückschlag erlitten, ist Grippe geschwächt, hat ein Virus. Aigler fällt aus, Andi Buchner fällt aus, Alper Uludag fällt Stand heute der Dinge aus. Aber wir haben einen breiten Kader. Ich habe es ja gesagt, ich brauche da nicht zu lamentieren. Wir haben die Position doppelt gut besetzt. Die eine oder andere Position ist sogar dreifach gut besetzt. Da habe ich keine Bedenken. Dafür ist Kajubi wieder dabei, Roger ist wieder schmerzfrei. Auf der einen Seite hat man mal vielleicht da die Wehwehchen und auf der anderen Seite kommen sie auch schnell wieder zurück. Überlegst du, dass Metschanski vielleicht schon eins eingesetzt wird? Er hat ja beim FSV eine gute Halbrunde gespielt voriges Jahr. Und die dürfen doch bestimmt ein bisschen Angst haben von ihm, wenn er dabei wäre. Ja, er ist auf jeden Fall dabei, ob er von Anfang an spielt oder nicht. Ich mache das grundsätzlich nicht vor dem Spiel. Das habe ich ja schon mal erklärt, auch warum. Es kann viel passieren. Heute ist zum Beispiel der Alper ausgefallen, kurzfristig, weil er krank ist. Und da werde ich mich nicht festlegen. Ich habe noch zwei Tage Zeit und dann werde ich es vernünftig entscheiden. Die Jungs trainieren, sind einsatzbereit. Man muss aber nichts übers Knie brechen, weil wir doch eine sehr gute, ausgeglichene Vorbereitung gespielt haben. Und jeder Einzelne sich in den Vordergrund gespielt hat. Wie sehr wirft denn die Verletzung von Aigler deine Pläne durcheinander? Damit muss man immer rechnen. Auf der einen Seite ist es sehr ärgerlich, weil Chris auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Und hat auch in der Vorrunde schon gezeigt, wie wichtig er für uns ist. Aber zum Glück ist es nicht so dramatisch. Ich denke, dass er in den nächsten drei, vier Wochen wieder dabei ist. Man muss das eh nehmen, wie es kommt. Und jetzt haben halt die anderen Spieler, die die ganze Zeit hinten dran waren und auch ein bisschen für sich nicht unbedingt zufrieden waren, die Möglichkeit, in den Vordergrund zu spielen. Also die Chance auch für Schäffler und Hartmann zum Beispiel, sich zu zeigen jetzt? Zum Beispiel. Gibt es eine Punktvorgabe für die ersten Spiele jetzt beim Rückrundenstart? Ja, im Kopf habe ich immer maximale Punktausbeute. Und das ist meine persönliche Vorgabe. Aber dass es nicht immer so kommt, ist auch klar. Wir gehen in die Spiele rein. Vom ersten Tag an, wo wir es hier begonnen haben, dass wir die Spiele gewinnen wollen. Wir werden in den 90 Minuten alles reinwerfen um die Spiele, um alles dafür zu tun, dass man das Spiel gewinnt. Wie es am Ende dann aussieht, gehört auch ein bisschen Glück dazu. Aber eine Punktvorgabe gibt es, dass wir ganz klar gesagt haben, wir wollen so schnell wie möglich 40 Punkte erreichen. Überrascht dich eigentlich der Werdegang vom FSV Frankfurt? Wieso? Dass die jetzt dieses Jahr auch so gut gestartet sind und so eine gute Vorrunde gespielt haben? Ja, auf der einen Seite kann man sagen, es überrascht ein bisschen, weil sie doch auch in den letzten Jahren immer eine hohe Fluktuation hatten. Auch immer um den Abstieg gespielt haben. Auf der anderen Seite ist es so, da sieht man, dass man mit bescheidenen Mitteln auch, wenn man vernünftig arbeitet, was der Verein ja in den letzten sieben, acht Jahren wirklich auch macht, dass vieles möglich ist. Und es muss nicht immer so sein, dass man einen schlechten Start hat. Wichtig ist natürlich auch, dass man den Weg weitergeht. Der Verein gehört mittlerweile zu dem Verein in der zweiten Liga, der am längsten in den letzten fünf Jahren mit in der zweiten Liga ist. Und deshalb kann es mich nicht überraschen. Aber auf der anderen Seite ist es so, es macht dann auch einen stolz, weil ich auch selbst einen großen Teil damals dazu beigetragen habe. Und es macht dann auch Spaß, da hinzufahren. Vielleicht noch ein Wort zur Gesamtsituation in der zweiten Liga. Erwartest du Braunschweig und Hertha auch am Ende oben? Ja, ich mache es mir jetzt leicht. Die zwei stehen vorne, haben einen großen Vorsprung. Und ich gehe davon aus, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, dass die zwei auch die ersten zwei Plätze belegen. Wobei Kaiserslautern mit Sicherheit auch mit den Investitionen, die sie jetzt getätigt haben, noch ein Wörtchen mitreden werden. 60 München wird mit Sicherheit auch für sich persönlich sagen, sie wollen nochmal angreifen, sie sehen sich ja auch in ganz anderen Regionen. Und es wird ein heißer Kampf. Auch Cottbus ist noch mit dabei. Und es wird mit Sicherheit noch eine Landschaft, ein Wörtchen mitreden, wo heute noch keiner mitrechnet.